Kanal und heute machen wir nach diesem Video, das ist ein kurzes Video. So, wir zeigen unsere Hause, weil wir machen so einen kleinen Film. Das dauert ja weniger als 15 Minuten, also kann man sich entspannen, wenn man nicht so viel Zeit hat. Wenn ihr wollt, können wir noch so einen zweiten Teil machen und werft das raus. Was? Von wem soll ich jetzt den Haus erster zeigen, mein oder dein? Dein. Lieb das, mein Haus sieht man nicht. Ja, okay, dann zeige ich dein. Also, ich bin ein Katze, weil es kein Haus hat. Also guck, das ist also mein Haus. Alles von mir selber gebaut. Das Innensicht, könnt ihr sehen. Innen-Sicht von, von, das Haus von meiner Freundin, seht ihr nicht? Also, ich bin eine Katze mit ein, mit ein, also ohne ein Haus. So sieht also das aus. Soll ich jetzt dein Haus zeigen? Nein, 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 nein. Wir müssen sehen, was ist innen. Ich habe alles innen gezeigt. Ich habe nicht gesehen. Nichts zu machen. Was? Was? Junge, jetzt bist du noch ein Teufel. Nein. Was ist dann mit dem... Hm? Rote Augen, wie creepy. Wiese Ziege, bitte töten mich nichts an. Junge, das ist ein Haus von einer Katze, weil es kein Haus hat. Also, dein Haus ist kaputt, verstanden? Soll ich jetzt dein Haus zeigen? Das ist eine Mülltonne. Nein, warte, ich fliege zu meinem Haus. Dann tut sie die Portion zu mir. Hey, warum? Okay, dann tanze ich hier halt. Komm zu meinem Haus. Jetzt zeigen. Ja, also, das ist das Haus von meiner Freundin, ist also eine reiche Frau. Und ich bin ein armer Gater. Und ich muss das... Komm zu mir, komm zu mir. Hallo, ich muss das Video so an YouTube hinladen. Das Video ändert jetzt. Jetzt kann man mal... Es passt. Jetzt. Nein, es passt. Weil wir malen noch was. Oh, nee. Junge, mach die Worden-Display aus. Was? Worden-Display. Was ist das? Das mit dem Display. Ich habe nichts gemacht. Doch. Nein. Du hast was gemacht. Ich habe auch alles gemacht. Echt. Hero Brian. Du bist bestellt. So, und das Video endet jetzt. Und das Video endet jetzt.